Die Leute kommen zum Shoppen zu uns aufs Land. Warum solltest du also zum Jobben in die Stadt? Dort gibt es ja auch nichts, was es bei uns nicht auch gibt. Zum Beispiel deinen neuen Job. Wir suchen nicht nur Leute mit Erfahrung, sondern auch junges Gemüse. Du bist fertig mit dem Studium oder deiner Ausbildung? Dann starte deine Karriere dort, wo du zu Hause bist. Im Großraum Bremen und Hamburg. Oder du bist fertig mit der Großstadt? Dann führe deine Karriere dort fort, wo es am schönsten ist. Auf dem Land. Übrigens, bezahlt wird bei uns nicht nur fair, sondern mit unserem guten Namen, Dodenhof. Genau, hier heißt dein Arbeitgeber noch genauso wie dein Chef. Deshalb ist Team bei uns kein leeres Modewort, sondern liegt in unseren Genen. Als Familienbetrieb seit 1910 sind wir es gewohnt, dass nicht nur eine Meinung zählt. Und das ist auch der Schlüssel zu unserem Erfolg. Immer offen für das Neue in der Welt, aber schön fest mit beiden Füßen auf dem Boden unserer Region. Deshalb suchen wir dich. Jemanden, der ist wie wir. Mutig, leidenschaftlich, vielfältig, nachhaltig und familiär ist deine Welt. Unsere auch. Bewirb dich jetzt in Posthausen oder Kaltenkirchen. Dodenhof, denn es ist deine Welt. So. Diese Welt. So. So. So.